Servus Leute, heute gibt es mal was ganz anderes, nämlich Nordlichter bzw. Polarlichter über unserem Hühnerstall. Das war ein absolut einmaliges Erlebnis. So etwas werde ich wahrscheinlich nie wieder hier erleben. Vielleicht heute Nacht nochmal. Sämtliche Fotos, die ihr hier seht, sind mit meinem iPhone gemacht. Die sind auch unbearbeitet und dann gibt es noch zwei kleine Zeitreffer-Videos später in diesem Video. Aber jetzt halte ich erstmal den Mund und ihr könnt die Fotos genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020